Liebe 96-Fans, ich möchte mich persönlich an euch wenden, um euch mitzuteilen, dass für mich ein neuer Lebensabschnitt beginnt und ich ab nächster Saison nicht mehr in Hannover sein werde. Ich möchte mich aber in diesem Zuge bei euch allen von Herzen bedanken. Es war eine schöne Zeit, es waren zwei intensive Jahre, aber ich habe mich hier in Hannover wirklich sehr, sehr wohl gefühlt und ich habe mir das auch total einfach gemacht. Ich habe mich hier immer willkommen geheißen gefühlt und es war für mich wirklich eine Zeit, die in toller Erinnerung bleiben wird, trotz Abstieg. Natürlich hätte ich den Verein gerne als Erstligisten verlassen, aber für mich hat sich jetzt eine Möglichkeit ergeben, mir nochmal einen Lebenstraum zu erfüllen. Für mich geht es rüber nach Australien, nach Sydney und man weiß nie, ob sich so eine Chance nochmal ergeben wird im Leben. Und deshalb möchte ich die auch wahrnehmen und nichtsdestotrotz wird mir diese Zeit hier in Hannover immer in toller Erinnerung bleiben. Und ich bin mir auch sicher, der Verein kommt wieder auf die Beine und der Weg wird wieder zwangsläufig zurück in die erste Liga führen. Dafür wünsche ich euch alles Gute und ich werde es aus der Ferne mitverfolgen und vor allem auch mitfiebern.